Das ist wirklich das Beste, das einfallen lassen. Naja, es gibt nur die... Oh, oh, oh. So, doch. Nur, wer will jetzt mitmachen? Die Frage, wollten jetzt schon so viele mitmachen und ich habe keine Ahnung, wer jetzt noch mitmachen will. Die Heligen-Basuke gibt es auch nicht mehr. Die Heligen-Basuke gibt es auch nicht mehr. Ne, dafür gibt es ja so viele coole Sachen und so. Und dann gibt es die Slurp-Packs, die Slurp-Packs sind ja viel stärker als die Heligen-Basuke. Slurp-Packs sind ja wie die Heligen-Basuke sozusagen. Das ist ja... Mhm. Weil du davon sechs Schüsse hast noch nicht. Fünf. Was ich meine. Der eine hätte das easy gewonnen, hätte er nicht gepusht. Das war so ein Fehler. Ja. Der hätte mich... Er hätte mich... Er hätte mich so weitem lassen sollen. Oder nicht? Mhm. Vorsicht... Ich Blake... Teig... Teig... Teig...